Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video und zwar geht es um Pokémon Diamant, das Let's Play. Ja, mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe aus Versehen anscheinend Folge 84 und 85 gelöscht, bevor ich sie überhaupt gerendert habe. Und deshalb sind mir die abhanden gekommen. Ich finde sie jedenfalls nicht mehr wieder und kann sie auch nicht wiederherstellen. Ich habe alles versucht, aber ich kriege die Datei nicht wieder. Und ja, deswegen fallen die Folgen aus. Deswegen kommt gleich Folge 86. Aber ich habe nicht viel gemacht, bin aus der Siegelstraße raus und bin jetzt im Kampf gegen Biatsch, unseren Rivalen. Und dann geht es in die Pokeliga und ihr habt nicht viel verpasst. Also nur ein kurzes Info-Video. Sorry, tut mir wirklich doll leid, aber kann ich nicht ändern. Jedenfalls bis gleich. Viel Spaß beim Let's Play.